Ganz wenige Check-Hängste, die dem Premium-Loot überhaupt Beachtung fanden. Sehr guter Leistungstest. Gesamtressur 8,2. Fandte der Samba-Tino, der dieses berühmte Samba-Blue führt. Meine Damen und Herren, hat etliche feine Pferde gestellt. So konnte auch die Dr. Renatino im letzten Jahr den Titel auf seinem Kanovo unterstammten. Damit sind 8 Hängste zu verzeichnen, Fliegengewechsle, Werkstau, als auch, dass der Ries Graf Kralen vom Graf Topper aus dem Unterblut geboren ist. Einige Siegerfohlen schon gemacht, auf verschiedenen Schauen. Das ist eine Gruppe. Deswegen haben die den so genannt. Scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Durchlässig. Den Punkt in seiner Altersklasse sehr gut vor- und ausgebildet. Abschritten. Für diejenigen Zünderinnen und Zünder, die des Farbenspiels nicht überdrüssig sind, die besondere Offerte. Herzlichen Dank an Samayi. Und Äquivala, so jetzt dürft ihr. Da war er, da kommt eine richtig Entfallung. Ohrenspitz. Große Gehabe und großen Füttes. Da schwingt Karakin. Und wir haben. Ja, wie kommt ausg rapper. Ja, das ist hier fadischer Stall. Wo wir in die Sinten und Sinten und Sinten und Heizwede in die S-Bahn, Jenny Heckel, Reinhard Jähte, Ilko Bündnis.